für den nächsten schritt befinden wir uns wieder auf unserer office.com oberfläche und dieses mal soll es um die webapplikation von microsoft teams gehen doch bevor wir da einsteigen möchte ich euch noch einen kleinen trick verraten und zwar könnt ihr jede dieser apps dieser absprünge für eure webapplikation auf euren desktop einbeziehen und einbinden da es um teams geht nämlich einfach das icon von teams klicke darauf halten die linke maustaste gedrückt und ziehen das icon auf den desktop die frage ob dies eine vertrauenswürdige seite ist bestätigen wir einfach mit ok und nun erhalten wir hier den absprung mit unserem teams mit unserer teams verknüpfung nun werdet ihr hier höchstwahrscheinlich ein anderes symbol haben und zwar das eures standard internet browsers und wenn euch das nicht gefällt können wir hier einmal mit rechtsklick draufklicken auf die eigenschaften gehen und unter andere symbol können wir hier ein symbol aussuchen ich möchte jedoch das teams symbol und das finden wir unter dieser verknüpfung ich kann diese hier nicht direkt eingeben deswegen nutze ich sie einfach um euch zu zeigen wo dieser fahrt ist als erstes geben wir ins laufwerk c danach gehen wir in die programme x 86 und nun müssen wir uns den teams installer suchen und wenn wir diesen öffnen sehen wir hier schon das reguläre team symbol mit öffnen können wir das bestätigen können uns hier nochmal eins der beiden symbole aussuchen das obere ist schärfer und detaillierter deswegen werde ich mir dieses aussuchen mit ok können wir das bestätigen und mit übernehmen wird dieses icon nun übernommen wenn wir uns das ganze nun einmal angucken von der übersicht her vom icon sind diese beiden verknüpfung komplett identisch die untere dient für unsere desktop applikation und die neue verknüpfung haben wir für unsere web applikation nun habe ich natürlich mein office geschlossen und wenn ich hier einen doppelklick ausführen gelange ich nun direkt in mein microsoft teams allerdings in die web applikation und es hat geklappt ich bin mit meinem account eingeloggt und kann auf microsoft teams zugreifen allerdings natürlich in der web applikation hier haben wir ein paar funktionen die wir in der desktop app nicht haben allerdings können wir die web applikation von jedem client aus erreichen voraussetzung dafür ist natürlich eine funktionierende internetverbindung dann könnt ihr dieses verfahren immer durchführen und ihr könnt auf teams zugreifen mit der verknüpfung könnt ihr natürlich nur dann arbeiten wenn es wirklich euer eigener computer ist diesen absprung zu erstellen zu generieren wenn es nicht euer eigener computer ist ist sehr riskant weil dann andere personen auf euren teams account zugreifen können deswegen bitte nur am eigenen computer durchführen und wie wir nun sehen haben wir hier die möglichkeit auf verschiedene funktionen und reiter zuzugreifen und auf den ersten blick scheint alles gut und vernünftig zu funktionieren allerdings haben wir hier ein paar dinge die nicht funktionieren das wäre zum einen das einbinden eines eigenen hintergrundbildes das werden wir natürlich uns später noch mal anschauen aber das funktioniert hier nicht weitere funktionen die nicht funktionieren werde ich euch unten in die beschreibung anheften und natürlich werdet ihr dort auch die verknüpfung finden wo ihr das icon von microsoft teams finden könnt das ist so ein b connections nicht das ist so ein bislang das ist so ein wenig